servus und herzlich willkommen bei uns spontanen video zwar es ist ein kurzes video es geht ihr seid gefragt wollt ihr eine kleine room tour haben wenn ja dann schreibt es in die kommentare und lasst einen daumen nach oben da das war es auch schon wie gesagt wenn ihr eine room tour haben wollt schreibt es in die kommentare und liked dieses kurze video und somit ist auch dieses kurze video zu ende sonst wäre es ja kein kurzes video vielen dank fürs zuschauen man sieht sich demnächst ciao